hallo und willkommen das monty uncart das nächste video steht an mit den kollegen von pcgms hardware und der raff ist dabei dann wird das video auf jeden fall deutlich interessanter als viele andere von der pcgms hardware hört auf elektroschrott zu produzieren wie sah denn der thumbnail nochmal aus komme ich da jetzt nochmal hin ne komme ich nicht hin keine ahnung wir gucken jetzt mal rein das quietscht aber nicht angemessen thema nachhaltigkeit eigentlich wollte ich ja einen ganz normalen rant machen über den bullcrap ein rand respekt er wollte nur rand machen der gerade an grafikkarten produziert wird also was passiert jetzt gerade endlich wenn die grafikkarten wieder bezahlbar und es kommen gefühl zum wöchentlich neue grafikkarten raus und was für welche keine guten absoluter bockmiss den kein mensch braucht niemand ja sie sprechen jetzt sicherlich auf eine rx 6400 an von amd auf eine gtx 1630 von nvidia altkarten die ich selber auch schon gerantet gehatet habe und die einfach absoluter müll sind ist einfach so aber wie gesagt ich werde auch mal so ein video machen in dieser richtung jetzt zumindest zumindest nicht ein thema das kann sogar sein dass es schon nächste woche oder so kommt das ist tatsächlich schon länger auf meiner agenda also es ist nicht nachgemacht also wird er mir jetzt nicht entsprechendes vorwerfen und also ich weiß nicht ob es überhaupt jemand mitbekommen hat oder in wieder sich dachte wir machen einfach mal irgendwas ohne überhaupt wem bescheid zu geben vielleicht merken die nicht dass wir da in einem crap verzapfen gtx 1630 ja poindrad schreibt gerade gtx 1630 warum gibt es sowas und thunder schreibt danach eine durchaus sinnige antwort nämlich resteverwertung und das ist auch der grund für so späte grafikkarten das ist ja eine gtx 1630 basiert ja auf der letzten nvidia architetur turing also die architetur die auf den rtx 2000er karten zugegen war und chips werden ja natürlich nicht weggeschmissen ne also die chip produktion ist teuer und deswegen gibt es auch oft so viele verschiedene grafikkarten mit oft ziemlich den gleichen chips die einfach nur teil deaktiviert sind um halt chips zu nutzen die auch teil defekt sind ist vollkommen in ordnung finde ich ja gut dass eigentlich alles genutzt wird was da ist und bei einer gtx 1630 kann ich mir einfach gut vorstellen dass sie noch unheimlich viel von diesen alten kleinen turing chips da hatten und die noch irgendwie verwerten wollten ich finde es in der hinsicht gar nicht mal verwerflich so noch eine grafikkarte rauszubringen das problem ist nur eins die gtx 1630 kostet zwischen 150 und 200 euro und ist einfach arsch teuer für diese schwache leistung also die karte müsste zweistellig sein dann könnte man über die sonne karte sprechen aber nicht im dreistelligen preisbereich keine chance ist sich genau 16 30 also 16 letzte generation 30 unteres ende also an leistung okay und weil ich damit ich nicht alleine rumrente habe ich hier einen qualifizierten fachkollegen unsere grafik wenn du noch einmal das wort rent sagt dann rente ich hier boah ich finde das so schlimm schlimm finde ich ja schon wenn man so spricht wenn man tiny ist die sprechen aber heutzutage alle so kann ich nicht ändern muss ich einfach mit leben auch wenn ich immer dicken hals kriege aber wenn jemand in seinem alter so spricht dann 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 drehe ich total ab das mag ich dann gar nicht dann eher raff also ich würde jetzt sagen er ist ein bisschen älter als raff bin aber nicht so ganz sicher keine ahnung mitte 30 so ja kann sein aber in dem alten in dem rent rent alter ne so zu sprechen ich finde es fürchterlich gottheit den raff dem gefälligst erzählen soll was dieser bullshit eigentlich soll ich soll jetzt erklären was ja ja warum 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 die große frage ist warum ich kapiere es nicht 16 30 was ist das für ein schnitt tschuldigung pcgames hardware dass ich schon wieder so viel kritik äußere aber was macht ihr da was wie gesagt noch mal ich bin jetzt nicht der video youtube-könig der beste auf diesem planeten an meinem kanal gibt es reichlich zu kritisieren überhaupt keine frage aber was machen die da ich verstehe es nicht was soll jetzt das hier dieser effekt warum 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 die große frage ist warum wenn es wenigst professionell rüberkommen würde das sieht aus als jetzt ein fünfjähriger geschnitten wer mal warum macht man das ich verstehe es nicht 16 30 also leistung zu schlecht für das geld schreibt schon der praktikant erdeckte den videoschnitt für nächsten abend und zu teuer um als grafikkarte zu dienen um nur im bild auszugeben oder ja also ganz ehrlich ich würde jetzt gerne was erklären aber warum ich werde ich bin ja nicht beim video angestellt und ich finde ganz ehrlich muss sagen diese grafikkarte ist auf jeder ebene einfach nur ihr schrott also muss wirklich sagen ich verstehe schon es fängt schon beim namen an ich verstehe schon den namen nicht das ist keine gtx gtx stand früher mal für schnell und geil was er sagen will ist normalerweise ist das eine karte die kein x verdient hat sondern gt karte zum beispiel die gt 10 30 die gibt es immer noch das ist so die günstigste nvidia karte dieses aktuell so am markt gibt und wenn da kein x hinter steht heißt das ganz klar das ist keine karte zum zocken 16 30 ist keine karte zum zocken die hätte man vor drei vier jahren mal zum zocken nutzen können aber nicht im jahr 2022 und deswegen hat er recht das x hat sie nicht verdient ja keine ahnung also wir hatten auch früher mal gt früher waren langsame grafikkarten auch entsprechend benannt jetzt ist es einfach nur ist es eine gtx und ja touring ist ja die generation vor ampere und eine gtx 16 ist ja keine echte tour in vier gigabyte leid also tour in meiner und die kann ich mal ray tracing also sie kann eigentlich gar nichts also nicht nur als sondern auch leid halt leid und künstlich wie sau abgespeckt also da haben sie echt was da haben sie echt ein großes stück abgeschnitten von dem schon alten und langsam chip und um ihn noch langsamer und dover zu machen also in mir wird er echt der öko nazi extrem getriggert warum bringt man sowas raus warum produziert man grafik hatten die kein kein mensch braucht und will warum produziert man elektromüll mit ansage und absicht also wir müssen ja müssen ja das video ist ja quasi dreigeteilt werden wir drei produkte die kein mensch braucht nämlich eins von intel eins von amd und eins von der media und die sind alle ungefähr gleich von intel ach so ja okay von intel aber ganz vergessen die intel a380 die absolute größen grafikkarte die aber ein glück in europa auch bisher nicht erschienen ist die wird es höchstwahrscheinlich sein böse und gleich schlechte produkte wobei man ein video schon fast in die mitte stellen könnte und sagen könnte hey man haben so keinen komplett neuen chip aufgelegt sondern sie haben halt drei mal recycling auf eine echt kaputte art und weise eben weil das ein alter chip ist wir wollen jetzt nicht nur in wieder hätten sondern alle 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 gpu hersteller die einfach dünnpfiff brauchen aber warum warum macht man das so in dieser leistungsregion ich warum ja also wie gesagt ich kann das nicht ganz erklären weil das erschließt sich mir leider auch nicht aber wir können mal chronologisch anfangen also wir hatten ja zuerst amd da wurde zuerst navi 24 aufgesetzt aber ich in 20 ist ein neuer chip ein neuer chip basierend auf rdna 2 also aktuelle architektur der wurde gezielt entwickelt und zwar für mobile ursprünglich ist ein kleiner chip soll billig sein hat wenig psa express lanes kann wenig speicher anbinden hat wenig leistung soll wenig strom alles okay eigentlich wurde aber dann genommen und mit der keule bearbeitet und auf dem desktop gebracht mit relativ ich sage nicht viel strom aber er wird schon auf leistung geprübelt so ein bisschen und das ist halt trotzdem nicht geil also die 6400 ist nicht geil und die 6500 xt ist auch nicht geil es gibt uralte grafikkarten von 2016 wie eine rx 580 rx 480 so ein kram die sind insgesamt besser zum zocken brauchen natürlich ein bisschen mehr strom muss man dazu sagen aber das lustige ist ja bei den high end grafikkarten da ist die leistungsexplosion alle zwei jahre enorm ne also wenn wir jetzt davon ausgehen dass die rtx 40 90 wirklich die doppelte leistung einer 30 90 hat mega den schrumpf aber auch brauchen wir jetzt nicht überreden aber trotzdem das ist krass aber im unteren leistungsbereich da herrscht quasi stillstand da passiert nichts eine 1050 die ist genauso schnell wie eine gtx 1630 und die kosten die 1050 die kostete damals 200 euro oder 150 euro und die 1630 kostet heute das gleiche ist nicht schneller also daher ist absoluter stillstand in dem bereich das verstehe wer will also was raus mit vier gigabyte meine rx 580 hat 8 gigabyte vor vor einem halben jahrzehnt gehabt ja ist überhaupt schneller als eine rx 580 es gibt viele wo sie schnell ist weil der speicher mal reicht wenn man die texturen ausmacht wenn man nicht spielt ist sie schneller oder nicht mal das ist ja der gag nicht mal das kann sie gut die 6400 die kann die kann zwei monitore ansteuern zwei maximal mehr schluss die alten karten können schon mehr also die es ist einfach mir fehlt das verständnis aber das hat man ja schon in diversen videos aber das war so der erste chip und das war ein neuer chip davon ressourcen aufgewendet den zu entwickeln und so also es wurde quasi der planet wurde ausgebeutet um den zu bauen okay okay ein dh aus mist noch größeren bock mist verzapft und dann hat ihn wieder gesagt oh gott oh gott nee das können wir das können wir unterbieten wenn die bock mist produzieren können wir das auch wirklich so ich weiß nicht die saßen vielleicht da bei einem bier und sowas und so was machen wir jetzt weil wir brauchen neue produkte so bis zum kurzen war das so grafikkarten waren ziemlich wertvoll weil die alle wurden ja weggekauft fürs mining und so das ist jetzt leider vorbei leider endlich und grafikkarten sind mittlerweile nicht mehr so viel wert und die haben das halt festgelegt das produkt als grafikkarten noch viel wert waren dachten sie cool da können wir 150 euro verkaufen was uns vielleicht in 20 kostet können wir machen was wir wollen schmeißen auf den markt wird sowieso gekauft und genau die haben halt quasi im hintersten regal geguckt haben noch ein paar touring chaps rumliegen und die können wir ja war die spinne jetzt lustig ich weiß es nicht ja okay meine gags in meinen videos sind auch schlechter da darf ich mich jetzt echt nicht über pc games hardware beschweren wenn man gags in videos macht die scheiße sind da bin ich ja nun mal eigentlich das beste beispiel für die die 1550 nicht reichen die kann man noch ein bisschen beschneiden und völlig ohne grunde auf 64 bit speichern der fest runtergang 64 und 28 ist schon wenig und also das macht die karte so schlecht reden wir mal weiter über den neuen blauen mitspieler okay auf den ich zugegeben der weise am wenigsten sauer bin okay die tun mir fast leid die haben intel ganz cool kommen jetzt auch auf den markt muss halt dazu sagen wir haben leider immer tun mir leid hat er wirklich gesagt die tun mir leid nein mir nicht die würde mir leid tun wenn intel von anfang an gesagt hätte leute das mit intel arg das kann sich noch ein bisschen ziehen ist natürlich nicht gut für die aktie keine frage aber trotzdem es wäre zumindest ehrlich wenn intel aber sagt und internet mitte letzten jahres also fast genau um diese gleiche zeit fast genau ein jahr her haben die gesagt ja arg müsste eigentlich die nächsten zwei drei monate schon rauskommen okay dann sollte es ende des jahres sein das hätte man ja noch verzeihen können aber es kam einfach nicht anfang des jahres passiert nichts im märz passiert nichts april passiert nichts und dann hieß es leute wisst ihr was es passiert gar nichts die kommen nämlich nur in china raus und dann kommen die karten raus dann sind die auch noch grützen langsam die treiber laufen nicht vernünftig und ein jahr später nachdem intel sagte die kommen in zwei drei monaten raus und deswegen tut mir intel nicht leid übrigens ich soll intel-fanboy sein das nur mal zur info also es war ja so ein bisschen ein bisschen eigenartig also intel muss man dazu sagen sind seit 20 jahren nicht mehr im grafik kartenmarkt aktiv aber die machen ja schon ewig gpus für prozessoren genau und für notebooks natürlich auch und die wollen es zurück im desktop markt und die werken da sehr lange dran man wartet ja eigentlich schon seit monaten rauf dass die teile auf dem desktop kommen es ist jetzt auch passiert allerdings nur in china und wenn man sich jetzt zurecht fragt was soll dieser move liegt daran ja sie haben das versprechen eingehalten erst das halbjahr allerdings ist in markt gepackt wo das zeug gekauft wird und vielleicht wo nicht so genau hingeguckt weil im westlichen markt wäre das in deutschland herausgekommen wäre das wahrscheinlich der und also der shitstorm wird deutlich größer verstehe ich das richtig na gut man ist in china so aus versehen heimlich gelauncht auch dort auch nur in komplett pcs also nicht so dass man sich so eine intel arg doch die haben die gibt es auch ich glaube aber von geh aus sprechen immer aber mittlerweile mittlerweile gibt es sie zu kaufen gibt es nicht ganz gerne heißt es und das ist ein hersteller der kreis mit retail packen kann man kaufen das problem der sache ist wahrscheinlich nicht die hardware also die hardware sieht laut den sachen diese so gezeigt haben ziemlich gut aus auch fokus auf ray tracing was ich übrigens sehr gut finde allerdings der treiber ist mit ansage ein problem weil wir haben noch einiges aufzuholen und das ist auch das was die aktuell mauer spiele performance bringt also das ist die erste generation jetzt quasi versaut abgeschrieben naja bringen sie all den kinder aus das war's und hoffnung auf die nächste würde ich nicht sagen also ich glaube die also die teile werden noch kommen bei uns also da hat er nicht abgesagt dass wir auch mehr das größere desaster jetzt sagen wir machen jetzt gar nicht die werden bestimmt kommen allerdings je länger sie warten vielleicht sagen sie einfach nie was vielleicht merkt es ja niemand das hat er schon desto grafikkarten bringen wollten hat er jetzt schon nicht funktioniert also wie gesagt die a83 da das hat jeder gemerkt und auch bei der 1630 da wurde gab es übrigens auch nichts von der video offiziell da kam pressemitteilung von den herstellern plötzlich so ist neue grafikkarte für mich nicht naja also von den video habe ich übrigens nichts bekommen keine info nvidia hat ja auch so ein presseportal selbst im presseportal von den video stand nichts zu 1630 schon durchaus interessant also für nvidia war es überhaupt kein kein akt und hat nvidia selber höchstwahrscheinlich nicht großartig interessiert so wir haben jetzt eine karte wir können uns ein paar türings chips raushauen für 200 euro und fertig darum ging es nvidia halt hauptsächlich das funktioniert aktuell nicht globalisierte welt da wird alles kommt alles raus aber die werden kommen die großen die werden auch dann frischere treiber haben und ich bin sicher da wird dann auch mehr vom laster fallen allerdings glaube ich jetzt auch nicht dass das so das große dinge treiber brauchen noch ein paar jahre zeit wahrscheinlich jahre paar jahre also ich glaube schon habe ich auch schon ganz ganz oft in meinen youtube videos gesagt die arg die erste arg alchemist generation also die architektur ist ja alchemist die können wir glaube ich abschreiben leistungstechnisch raff hat recht die wird sicherlich auch nach europa und deutschland kommen kaufen werden sie käme höchstwahrscheinlich nicht das so eine reine o mpc sache glaube ich ja und bettel mage das internet aber auch zumindest gut laut gerüchteküche sehr große sprüche kamen da das bettel mage dann auch die endkarten von nvidia und amd angreifen können soll da sich auf jeden fall größere chancen aber weiterhin natürlich noch mit mit dem ein oder anderen treiber problem also wie gesagt ob die treiber wichtig noch jahre brauchen zum reifen weiß ich nicht aber zumindest noch ein zwei jahre das sollte man auf jeden fall ja noch mit ein kalkulieren aber bitte mage könnte auf jeden fall deutlich interessanter werden aber mit der aktuellen a generation bin ich persönlich vom halbfaktor eigentlich komplett durch und ich bin einer der wenige der gesagt hat leute passt auf interakt das wird schon ganz geil leider habe ich das etwas zu früh gesagt also es wird glaube ich geil bleibe ich bei aber dieses jahr noch nicht jahre jahre also dann wenn nvidia und amd ja schon wieder ein paar generationen oder naja optimistisch eine schon mal weiter sind naja ich habe das auch das hauptproblem ehrlich gesagt also ich finde es total gut dass wir den dritten player haben dass du nicht nur amd in der mieter die ganze zeit ist einfach na klar das an sich ist cool ja ja aber das aktuell nur mist kommt ist halt blöd wer kauft sich eine 1630 wer geht hin und wobei ich mir durchaus vorstellen kann im moment wird intel ja so ein bisschen belächelt denke ich mal entweder und amd die lehnen sich zurück und sagen komm nicht so wild ich kann mir aber gut vorstellen so gucken wir mal fünf sechs sieben jahre weiter das intel dann vielleicht höchstwahrscheinlich sogar ein richtig gefährlicher player am markt sein könnte nicht wird sondern durchaus könnte also man sollte intel in der richtung auf jeden fall immer auf dem schirm haben dass es irgendwann mal so richtig rund läuft also ich glaube die hat wir ist gar nicht so schlecht also ich glaube es ist wirklich ein reines software problem die hat wäre es glaube ich gut okay ja macht es nicht in 27 p 30 fps das in 27 in 27 p da würde das sicher reichen 720 meine ich habe ich sieben und 20 sternchen 7 ist schon richtig also eine 16 130 gtx reicht für 27 p aber nicht für 720p reicht nicht für 720 nicht mal hd wir können es festhalten also alter 6400 wer zockt noch unter full hd am pc heutzutage lotz das sogar bei steam recht wenig leute also bei steam ist die große macht in die zwei drittel sind full hd und dann alles andere ist ein bisschen weniger so wenig am laptop man bringt eine grafik hätte raus so für die 800 mal 600 pixel am laptop sagt da gerade schon darauf am laptop kann ich mir 720p gaming durchaus mal vorstellen vor allem weil viele einigermaßen bezahlbare laptops ja sowieso eine sehr schwache gpu haben und der bildschirm ist sowieso so klein da kann man das durchaus mal machen also full hd beim 15 zoll monitor ja muss gar nicht unbedingt sein finde ich und man muss bedenken es gibt 15 zoll laptops die mit 4k displays verkauft werden was völliger irrsinn ist da sieht man es nämlich definitiv nicht generationen oder ich verstehe es immer weniger ich dachte ich setze sich daher du hast mir hier erklärt aber hat dann 800 mal 600 ist aber das falsche format mittlerweile leben wir haben 16 zu 9 oder 16 zu 10 zeitalter und 800 mal 600 ist glaube ich fünf zu vier also die zeiten sind ja vor oder vier zu drei die zeit sind ja vorbei du als grafikkarten verstehe das problem wer versteht es von euch bitte schreibt die blöden kommentare bitte klärt uns auf wir hier zwei redakteure die beruflich seit jahren nichts anderes machen sind ahnungslos was soll der bock mist wir können nichts anderes außer drüber renten ja nicht mal testen rent erstens ja was sollen wir ich habe ihm gesagt wenn er da noch einmal das wort renten sagt dann drehe ich durch ja so ist es wenn monty durchdreht ich könnte jetzt einen auf knossi machen und total abdrehen aber so aber innerlich platze ich gerade ich versuche aber kontenungs zu behalten nicht eh schon raus zu finden was wir schon wissen der mist leistet nichts und zweitens wir kriegen sehr ähnlich also die wissen auch warum ich würde dann wieder ihrer stelle genauso machen ich würde uns auch kein testmuster geben von der 16 muss man wirklich dazu sagen wir haben vielleicht noch 22 messages erstens ist das verdammt schwer an so eine karte zu kommen man muss die entweder einfach kaufen was halt auch nicht überall lieferbar ist und die hersteller sagen alle das schicken wir lieber nicht weil es ist nicht so gut und mein appell wäre jetzt zum schluss kauft euch lieber eine alte grafikkarte und andere wollte die wenn es euch um den strom geht als die welt mit also das zu unterstützen dass neue chips gebaut werden die einfach abfall sind weil das bringt jetzt kurz eine andere sache auch wenn jetzt das auf das monty uncut jetzt auch kommt ist aber egal wir haben ja donnerstag set up stream matteo schreibt oder schrieb hier immer von was geschrieben wann kommt noch mal das setup video beziehungsweise stream kommt donnerstag und jetzt hat er geschrieben ich wollte mein setup posten aber der bot hat wegen spam eine nachricht gelöscht nur falls du gerade zuhörst kannst du irgendwas dazu sagen bitte jetzt kurz vielleicht melden oder ist die ganze geschichte mit den setup streams auf discord noch gar nicht aktiv ganz zum schluss vielleicht noch die nahe zukunft schaut ja nicht ganz so düster aus man munkelt 4000er generation 7000 der reisen die nahe zukunft sieht gut aus und rtx reisen auch stimmt wird im herbst alles besser raf amd und nvidia kommen ja eben mit neuen generationen dann haben wir uns jetzt umsonst aufgeregt nein 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 die vier produkte sind nicht so müllerchen schreibt gerade setups sind noch gar nicht aktiv auf dem discord das ist schlecht also nur bitte wenn es irgendwie geht kriegt er das hin dass er den die setups auf discord heute noch freischaltet oder morgen spätestens weil ja morgen muss sein dann morgen ist mittwoch morgen müssen die leute schon einsenden das wäre natürlich nicht verkehrt aber ich habe das gefühl noah hört nicht zu weil sonst hätte er sich schon längst in dem chat gemeldet dann muss ich ihn gleich eben auf dem discord anschreiben aber trotz allem donnerstag setup stream fotos können schon mal machen dann könnte das halt erst morgen und mit großem pech oder so erst donnerstag einsenden ist ja nicht das riesenproblem denke ich mal so geil aber was kommt nicht so geil ansage die werden geil aber die werden halt auch sehr viel teurer und das wird eine neue generation das wird sogar geil aber es wird sicher auch keine gtx davon geben zum beispiel und hoffentlich nicht also ich freue mich auf intel vor allem weil da ist halt quasi die wundertüte am größten aber ich weiß nicht noch was man kriegt aber ich bin doch ein bisschen masochistisch veranlagt mal sehen was kommt ja lasst uns trotzdem in den kommentaren jetzt weiter diskutieren was der ganze mist mit dem kleinen vieh mist da soll also warum die grafikkartenhersteller jetzt diese hasenkörtel hier aus ihrem anus pressen keine ahnung das soll es für heute gewesen sein oder was qualifiziert ist zu sagen ich kann einfach nur noch weiter weinen ja das war's wenn ihr mit weint ja war das video jetzt gut oder nicht ich kippe meinen daumen nach oben also informativ war das video jetzt jedenfalls nicht also ich bin ja die videos die ich machen werde also hat das gar nichts mit dem zu tun was die pc games hat wer da gemacht hat also ich mache ja videos wo ich sage hier leute bitte finger weg verlassen von diesen grafikern cpus mainboards und so weiter das ist nichts was ihr kaufen solltet wobei ich jetzt keine marke nehme also keine gigabyte dingster boomster sondern einfach nur sage gtx 1630 ist müll so insgesamt halt und das ist halt ein bisschen was anderes auf jeden fall ja aber ganz lustig den beiden zuzuzucken kann keine frage schlauer als vorher sind wir auf jeden fall nicht und das ist eine sache die ich bei videos immer ein bisschen schade finde nach solchen videos von informationskanälen möchte ich gerne nach den videos immer ein bisschen schlauer sein aber vielleicht geht das bei mir auch gar nicht mehr so das modi ankart macht's gut tschüss schon mal ein bisschen schade ich ja jetzt Vielen Dank.